All about that bass, about that bass. So, da geht weiter. Ich glaube... Bist du? Wir brauchen definitiv mehr Dubstep hier. Oh ja. Ja guck mal, Randall ist wieder da, Meddi. Kennst du noch? Ja, Randall kenn ich noch. Hast du vermisst? Nee, ich hab Randall ganz bestimmt nicht vermisst. Randall ist ein Schwein. Irgendjemand hat übrigens schon Let's Play hiervon gemacht und dann stand das hier als Thumbnail und da stand Schwierigkeitsgrad extrem angehoben. Ach na ja. Die stellen sich nur an, glaub ich, Meddi. Heul doch, heul doch. Ja, ne? So ist das. Ja. Aber ich hätte ja auch ein Leben gegeben. Mimimi, Mimimi. Mimimi, das Spiel ist schwer. Mimimi ist ein Hack. Mimimi. So hört sich das an. Mimimi, ich hab die ersten beiden Teile nicht gespielt. Mimimi. Randall? Und Randall hat ein schönes neues Mittagessen sich reingestylt. Kann ich nicht sagen. Also groß ist es manchmal echt schwer, ne? Der hat voll die Lippen. Guck dir mal seine Lippen an, die glänzende. Schmolllippen. Ja. Schmeppenleppen. Wir haben ja ein Safe gekriegt hier vorne, ne? Ja, ich glaub schon. Soll heißen, dass das jetzt nicht so schlimm ist. Ich hab Safe Stated. Ich glaub, jetzt fangen wir echt an mit den Safe States, ne? Da komm, das ist echt kleiner, das ist leichter. Hast du weniger... ...deckenprobleme. Äh... Er hat mich gerade gewischt, ne? Ich glaub eher das Feuer war. Das ist Feuer schon. Verschwinde. Verschwinde. Du führst. Ich kastriere deine Eier. Ach ja, komm. Noch ne Runde zwei. Und jetzt nochmal ein dritter. Komm. Ja. Wie NES, weißt du? Sobald die den Raum verlassen die Gegner. Uh! Nein! Nein, nein, nein! Nicht springen, sondern einfach unten bleiben. Nein, 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 nein! Das könnt ihr jetzt unter Ausstattung sehr laut gewesen. Game Over. Game Over. Très bien. Alors, exactement. Merde Snacking. Très bien. Naschen. Merde. Naschen. Merde Snacking. Merde Snacking. Snacking. So nenn ich ihn Part, Merdi. Merde Snacking. Très bien. Merde Snacking. Hahaha. Da kriegste ganz viele komische Leute hin. Ja. Ja, genau. Exactement. Merde Snacking. Hahaha. Merde Snacking. Hahaha. Das ist so widerlich, ne? So lustig. Ist widerlich, aber lustig. Das ist voll schlimm. Aber auch irgendwie geil. Hahaha. Ne, geil hat er... nein. Geil haben wir nicht. Angebaut. Und da hinten ist er. Merde Snacking. Das ist geil. Ja. Achso. Die, 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 die. Ach komm jetzt. Du bist so ein Schwein. So ein Pissflitsche hier, ey. So ein Pissflitsche, ey. So ein Pissflitsche, ey. Randall ist ein Schwein. Randall ist ne Sau. Kennst du das Spiel Randall's Monday? Das passt sogar. Ne, kenn ich nicht. Kennst du nicht? Von der der legt, ist cool. So, all about the bass. Ich hab jetzt schon Angst. Ohne Spaß. Wenn ich mal nen Hack machen will, ich würd genau so Musik machen. Hahaha. Ich würd genau solche Musik reinmachen bei so nem Level. Und übersteuern. Weißt du noch, der eine Level bei Mario gibt's ab 2, der so zwei Lieder gleichzeitig abgespielt hat. Ja, genau der. Ah, ich hasse es. Schön. Ja. Schöner. What? Nein. Warum mal ja kein Spin? Ich mach eigentlich fast nur noch Spinjumps generell. Ja, das ist auch, das ist die Wahrheit. Ja, wünschst uns viele Folge übrigens. Danke, Lia. Dankeschaut. Danke. Ich glaube, die guckt sich das. Die hat wahrscheinlich nach Folge 1 schon aufgehört und alles disliked. Wahrscheinlich. Sobald es hoch ist, disliked. 70.000 Daumen runter. Ihr seid so schlecht. Ihr benutzt... Ja, aber genau das ist doch das, was... Bruder ist so schlecht, der benutzt den Analog-Stick. Das ist sowieso. You safe-stated. Habt ihr keine Ehre. Ja, sowas kann. Ich finde es voll doof, dass ihr immer safe-state abuse macht. Abuse, ey. Wenn ich abuse mache, dann tun die alle Körperteile weh. Dann ist aber Rektal-Alarm im Daumen. Ja. Ja, alors exactement. Merde-Snacking. Ach mein Gott. Ja, er hat auch so viel Tempo hier, der krumme Mann. Ja, der wird immer schneller. Wow. Wow. Da ist er weggerollt. Medi hat Stuhl gegangen gerade. Ja, ich habe halt echt Stuhl gegangen. Leute, das ist frech. Das ist frech. Fahr ja so schnell. Du darfst jetzt halt nicht erlauben, nur mal ins Wasser zu fahren. Ey, Wasserfall heißt... Das ist so ein Secret Block. Scheiß die Wand an, ey. Wahrscheinlich ist hier alles voll mit Secret Blöcken unten. Mhm. Das heißt, dass hier... Hier bei Kaizo halt, ne? Dreckbär, ey. Ich hasse ihn. Ja, immer einen trinken, wenn mehr die Bärse. Kackbär. Kackbär. Kotbär. Kotbär. Schweinebär. Mannbärschwan. Schwein. Mannbärschwan. Mannbärschwan. Mannbärschwein. Schweinebärma. Oh. Oh, oh. Oh nein. Oh, jetzt ist er tot. Ja, ich wollte schon sagen, das war es jetzt. Ach ja. Ja, lieber den Hit als sterben. Ja. Ja, gib doch mal halt irgendwo eine Szene, wo du nicht in seiner Fressi-Weite bist. Was? Ja, das war aber nicht der, das war nicht Randal, das war das Feuer. Guck mal, drei Sachen auf einem Frame. Ja, da war noch Feuer mit. Feuer war schuld. Und nicht mal ein Midway. Hallo. Midway. Hallo. Hallo. All around me, a familiar faces. Ich habe jetzt gerade Adele angestimmt, du kommst mit, ähm, was sagst du mir? Rem. 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 Remschlaf. Ja, Remschlaf, das habe ich auch gleich. Mhm. Erster FC Remschalt, da muss ich hin, Kasala ergeben. Rabbit Eye. Rabbit Eye Movement, aber mehr so Richtung Boden. Uhuhu. Rabbit Eye Movement, kennst du? Klöten? Ja. Ach so, das, ja. Eierschaukeln. Rabbit Eye Movement. Oh Gott. Ja komm, ja, wenn wir schon mit, mit, mit Mords Gaudi unten rum, ne? Ja, 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 ja. Das darf man auch machen. Es wird schlimmer. Jede Sekunde wird schlimmer. Ja, es wird langsamer, vor allem das Ding dreht sich nicht schnell genug. Ach so, das war so ein Spin auf dem Boden, die Flamme da eben. Die mich getötet hat, äh, die dich getötet hat, besser. Das war so ein Spin. Ich hab so ein bisschen Hoffnung, dass das nächste Level noch schlimmer wird. Weil es ist ja krass Schwierigkeitsgrad angehoben. Wer hat denn das Let's Play zusammen? Ich hab keine Ahnung. Ähm. Falls du zusiehst, ich danke dir erstens für dein Interesse. Zweitens findest du uns wahrscheinlich jetzt ad hoc scheiße. Ja richtig scheiße. Was ich verstehen kann, was ich verstehen kann. Aber wir sind eigentlich ganz nett. Wir sind... Eigentlich sind wir nett, okay? Wir sind missverstanden. Ja. So wie... Mussolini. Was? Nein. Ich wollt sein, Ian Rayon. I-I-U-Win-I-Win... Ach, das sind Menschen, kein Mensch aussprich. Hier. Äh, Ramsey. Gordon Ramsey? Äh, Lord Ramsey von... Ah, Bolton! Aaaaah! Nee. Doch, der ist missverstanden. Ja. Ich mag den Schauspieler. Ich kann seinen Namen nicht aussprich. Ja, der ist halt super. Der spielt das richtig gut. Aber ich meine, dieser... Ey, ganz ehrlich, komm, wir rennten auch geradeaus vom Pfeil weg. Ja, selber schuld. Und warum hat niemand diesem Riesen eine Waffe gegeben? Ich meine, dem hätte man einfach nur so einen Turm geben können und der hätte alle weggepumpt. So einen Rook und der hat alle weggehauen. Ja, oder so ein größerer Stein. Das hätte ja auch schon gereicht. Und da geht er wieder. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Ja, er ist aber hartnäckig, der der Boy. Ach ja, ich bin genau ins Aufne Maul. Minus. Eigentlich müsste ich mal so Punkte machen, wo welcher Part angefangen hat. Ja. Die Welten mit dem meisten... Das machen die Leute alles, Maddy. Wenn du die Leute dazu aufforderst... Leute, macht uns mal eine ordentliche Statistik von diesem Land. Seid mal so gut. Welches Level, wer, wo am meisten, ne. Also genau, Level 1. Ich kenne so viele Leute, die gesagt haben, ich gucke mir MGU 1 und 2 von euch schon zum vierten Mal an. Ja, macht das doch mal. Möcht doch einfach mal mit einem Zettel und Stift haben. Wir müssen ja nicht die einzigen sein, die arbeiten, ja. Ja, wir arbeiten hier sehr schwer. Das artet in Arbeit aus, musst du zugeben. Wolltest du noch ein paar hier M&M's? Ne, mach. Mit so ein Bierchen, ja. Ne, wo wir beim Thema Arbeit sind, ne. Wir schuften hier schwer. Das ist wirklich so, das ist ein Nervenkrieg. Vor allem die Musik höre ich gerade zum ersten Mal. Das ist wirklich nervenkrieg. Oh, oh. Oh, 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 oh. Hallo. Hallo. Oui, oui. Oh. Je m'appelle. Mario. Je m'appelle. Ah, er kennt auch nix, ne. Er kennt echt nix. Der kennt gar nix. Nein. Ich bin der Meinung, wenn wir an einem Level zweimal Game Over gegangen sind, ist ein Overworld Safe drin, dass wir nicht im nächsten Level mit einem Leben wieder eiern müssen. Hab ich schon. Ich glaube, ich hab einen gemacht bei fünf. Oh. Sesse, guck, hab ich. Hab. Ach, bist du wieder? Ja, ja. Ganz schön. Wir haben jetzt wieder angefangen zu naschen und dann gibt es wieder kein Halten. Ich kenne das ja leider. Deswegen holen wir echt nix zum Naschen mehr zu. Nee, wir auch nicht. Das ist alles noch von meinem Geburtstag. Der muss halt weg, ne? Wir haben gedacht, wir machen ja voll die Sause und fressen wie so drei Schweine, aber haben wir auch. Aber jetzt nicht so wie große Schweine. Wir feiern das leider gar nicht. Na gut, wir waren jetzt... Wirklichs Geburtstag waren beim Sushi La. Was ist das geworden? Oh. Oh. Wäre ich jetzt eher dran gekommen von der... Zählt das als tot? Nein. Das ist resettet. Das ist resettet. Ich will das jetzt schaffen. Die Ehre habe ich jetzt auch im Live, ne? Ich fänd's cool, wenn das irgendjemand auch in so'n Excel-Dokument machen würde. Mit Tabellen und Grafik. Mit PowerPoint-Präsentation. Ja. So wie Marshall Erikson, als er damals die Grafiken für sich entdeckt hat. So eine Tortengrafik, in welcher Welt wir am meisten gestorben sind. So ist das. Ja, ernsthaft. Das hätt ich gerne. Wenn er das macht, das wär echt dufte von euch. Das wär echt gut, ne? Das wär duftig. Oh. Scheißvieh. Uiuiui. Sauhund. Die Piss-Page, du. Piss-Page? Piss-Page. 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 hat nicht töten so gut war das nicht dass mich ganz skeptisch angeguckt ja ich wusste nicht ob du das ernst gemeint das ist ja an diesen worte gerade so was das war schon witzig aus das ist für mich umbringen nein ich habe gedacht du willst da an das power up in dieser kiste ran aber okay das ist aber auch das ist die mgu leute das ist mgu jetzt eigentlich unter den durchschwimmen kriegt er dich ja nicht ja das war nicht schön die 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 er ist auch so minimal schneller als man selber wir haben in diesem bad fast eine reihe folge ich glaube du musst mit randall tanzen da hast du keine andere wahl wenn das singen dance like a mother fucker es war wenn du es kennt wenn es war das nee das ist leider nicht auf fisch bringen und darauf siehst du mal ich glaube an die japan vertrauen ja 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 nee nee nicht nicht noch spielen sie machen drei das mond das war scheiße glaube ich drei punkte besser als 0 im basketball wäre das schon nur nummer der brücke ich hatte ja gehofft dass der lehrt wird zum schluss ja mit informations box am ende ach du heilige und harmonika das wird spaß ich will sie mache ich soweit dass wir jetzt alles selbst denn nicht aber auch wenn das im soweit ich habe eben noch was ist mir egal ist mir egal ist mir egal kein switch ist mir egal ist das alles wegen switchpalace die gelben und switchruhe heißt eigentlich nur ja aber ich meine die gelben sind das sind hier das ist halt kein dark souls ja fast fast so letzter treu in dieser folge und ihr könnt jetzt wetten an nehmen ob er das schafft oder nicht schafft der man das schafft der man das nicht gibt seine adresse raus wenn er es schafft dann möchte ich dass wir alle dahin fahrt was und post machen dann gebe ich das raus habe ich nicht mehr leider das hat sich ein bisschen alles ja das stimmt ich habe gesagt hey das ist für das ist für fanpakete oder fanpost ob ich das wort nicht mag weißt du aber was haben die gemacht ich habe meine gesamte haus posteile umgeleitet und habe ich jetzt mit dem nicht anders mit dem postfach angeben die vollidiot dann muss das auch alles nach hause geliefert werden nein ich möchte es aber gerne nicht so durch muss also ja wisst ihr war doch mal jemand scheiß zu das war richtig dreckig das postfach das ist so sinnlos du hast dann postfach die post ähnlich so wie das haben willst du alles dahin ich will die nach hause haben und nicht dahin ist das scheiß postfach das ist doch dämlich das ist ultra dämlich haben die nicht kapiert pass auf er mockt gleich er mockt gleich richtig nee naja das war ja so ich war der sagt na gut nächstes mal machst du weiter wir haben in dieser folge eine vierte liste eine dritte liste folge machen du musst du sag ich dir das ungefähr 30 würde ich sagen also wir haben ungefähr da angefangen und das sind schon 30 40 sind es ja total ja kann man machen kann man mal machen ne irgendwas hat bei mir ok ja nächstes mal mach Maddy ne? nächstes mal mach ich bis dann tschüss ja ich bin bla bla bla